Pinterest ist der geheime Traffic Booster und verhilft dir zu mehr Website Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social Traffic Quelle Nummer 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinsites, dem Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Vorhin habe ich für einen Kunden neue Boards angelegt und dabei etwas Neues entdeckt, das ich direkt jetzt mal gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, wenn du ein Board bearbeiten möchtest und in die Board-Einstellungen reingehst, dann gibt es jetzt auch die Funktion individuelle Anpassung. Und da kannst du auswählen, ob du in deinem Newsfeed Pins sehen möchtest, die den Pins auf diesem Board ähnlich sind. Ich habe dann darüber nachgedacht, warum das sinnvoll ist, diese Funktion. Und ich denke, wenn du jetzt zum Beispiel saisonale Boards hast oder Boards mit Themen, die jetzt aktuell für dich nicht so relevant sind, dann kannst du halt diesen Regler auf Nein stellen, also dass du halt keine passenden Pins sehen möchtest. Und dann bekommst du halt diesen Content, der aktuell für dich nicht relevant ist, eben auch nicht ausgespielt. Ja, das ist eine kleine Erneuerung. Man findet ja doch immer wieder fast jede Woche so eine kleine Neuigkeit auf Pinterest, muss ich sagen. So, aber jetzt zum eigentlichen heutigen Thema und zwar geht es um die Pinterest Ads. Das ist jetzt nicht mehr so eine totale brandneue Neuigkeit, ist schon so zwei Monate alt. Ende Februar kamen die Ads, Pinterest Werbeanzeigen für Deutschland raus. Aber sage ich mal, es ist doch noch ein trotzdem noch relativ neues Thema. Und ich werde dir heute ein wenig erzählen, was da so machbar ist. Aber es wird jetzt nicht im Detail darum gehen, wie du eine Anzeige anlegst und schaltest und so weiter. Es geht einfach erstmal nur darum, ob Anzeigen Sinn machen und für wen und was im Ads Manager so möglich ist. Also zuerst mal, was brauchst du, um eine Werbeanzeige zu erstellen? Ein Unternehmenskonto auf Pinterest und eine verifizierte Website. Und die Frage ist nun, warum sollte man überhaupt Anzeigen auf Pinterest schalten? Denn der organische Traffic ist doch jetzt die ganze Zeit super gut gewesen. Ja, also Pinterest ist sehr stark am Wachsen und aktuell gibt es über 250 Millionen Nutzer und in Deutschland hatten wir ein Wachstum von 30 Prozent im Jahr 2018. Und die Nutzer sind auf jeden Fall mal viel kauffreudiger als auf den anderen Social Media Kanälen, was natürlich auch daran liegt, dass Pinterest, wie wir es schon sehr oft erwähnt haben, kein wirklicher Social Media Kanal ist, sondern eine visuelle Suchmaschine. Und Menschen haben ein bestimmtes Problem, sind auf der Suche nach der Lösung für dieses Problem. Und dann natürlich sehr dankbar, wenn diese Lösung in Form eines ansprechenden Pins und des natürlich dann dahinterliegenden Contents geboten wird. Und wir können hier den Nutzer am Anfang seiner Customer Journey erreichen und abholen. Pinterest wird zur Inspiration und als Shopping Guide benutzt und so ungefähr 39 Prozent planen ihre Einkäufe wirklich über Pinterest. Also wir sind da sehr, sehr nah an einem wirklichen Käufer dran. Und laut einer Studie von Millward Brown Digital geben 93 Prozent der aktiven User an, dass sie Pinterest für ihre Kaufentscheidung nutzen. Und 87 Prozent der aktiven Nutzer sagen, dass sie schon einmal etwas gekauft haben, dass sie auf Pinterest gesehen haben. Also allein deswegen lohnt es sich schon, Anzeigen auf Pinterest zu schalten. Und die Anzeigen sind im Grunde eine Mischung aus den Facebook-Ads und den Google-Anzeigen. Denn es lässt sich auf Keywords targeten, aber auch auf bestimmte Zielgruppen. Und ich gehe jetzt mal in den Ads-Manager rein und schaue mir die unterschiedlichen Kampagnen an und erkläre dir dann, wie die so zu nutzen sind. Also es gibt fünf Arten von Kampagnen. Das eine ist die Bekanntheitskampagne, also die Awareness-Kampagne sozusagen. Die ist dafür da, dass du deine Markenbekanntheit steigern kannst und dass du ja deine Zielgruppe auf Pinterest für deine Marke, für dein Produkt oder für dein Unternehmen eben sensibilisierst. Da geht es jetzt um Reichweite. Und man zahlt pro tausend erreichte Personen. Das ist dann der sogenannte CPM, also Cost Per Thousand Impressions, Preis pro tausend Impressionen. Dann gibt es noch die Traffic-Kampagne. Und da geht es dann wirklich um den Website-Traffic und man zahlt pro Klick. Als drittes die Promoted-Pin-Kampagne für Apps. Dafür musst du dann auch schon eine eigene App haben, damit das Sinn macht. Und dann kannst du mit diesen Ads sozusagen die Installationen deiner App steigern. Und du zahlst pro Installation. Und es gibt auch eine Kampagne für Videos. Das ist die Video-Bekanntheitskampagne. Und damit kannst du die Impressionen für deine Videos vorantreiben und du zahlst pro View. Und die neueste Kampagne, die noch jetzt als fünfte Kampagne dazugekommen ist, ist die Conversion-Kampagne. Damit kannst du spezielle Aktionen auf deiner Website fördern und du zahlst pro Klick. Und das Ganze ist dann auch messbar. Und zwar kannst du folgende Conversions messen. Und zwar Leads, Anmeldungen, Käufe und Produkte, die deinem Warenkorb hinzugefügt wurden. Also sie wurden noch nicht gekauft, aber sie liegen im Warenkorb. Und es gibt jetzt allgemein noch nicht so viele Erfahrungswerte hier in Deutschland zu den Pinterest-Werbeanzeigen. Aber wenn wir uns jetzt nach den Erfahrungen vom amerikanischen Markt richten, dann heißt es dort, dass die Traffic-Kampagnen am günstigsten sind. Und dort kann man ja auch die Conversion tracken. Also würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt das mit den Anzeigen mal ausprobieren möchtest, dann starte doch als erstes Mal mit so einer Traffic-Kampagne. Ja, wenn du jetzt eine Anzeige anlegen möchtest, dann gibt es im Ads-Manager auch direkt Hilfe. Es gibt einen Bereich, in dem wird erklärt, wie man effektiv Anzeigen erstellt. Und es gibt auch einen Bereich, in dem erklärt wird, wie man den Ads-Manager nutzen kann. Das ist sehr hilfreich. Aber bevor du eine Anzeige erstellst, richte am besten zuerst den Pinterest-Pixel ein. Der heißt auf Pinterest Conversion Pixel. Richte den auf deiner Website ein, wie du es jetzt auch schon von Facebook kennst. Und den Pixel, den fügst du auf deiner Website im HTML-Code ein. Und du findest ihn in der Navigation unter Anzeige. Und dann gehst du auf Anzeige erstellen und dann ist es der Conversion-Tag. Und dort kannst du dir den dann erstellen und einfügen. Und mit diesem Pinterest-Tag oder Conversion-Tag kannst du dann die Ergebnisse deiner Anzeige messen. Aber denk auch daran, dass du das dann auch in deine Datenschutzerklärung auf der Website einfügst. Also, dass du die anpasst, wenn du diesen Pixel gesetzt hast. Ja, und wenn du eine Anzeige anlegen willst, dann, das wirst du vielleicht schon von Facebook kennen, aus dem Ads-Manager von Facebook, musst du immer erst eine Kampagne anlegen. Also ganz oben steht die Kampagne und darunter die Anzeigengruppe. Hier legst du dann auch deine Zielgruppe fest und dann kommt der Pin, der promoted werden soll. Oder kannst auch mehrere Pins promoten, die dann dort unten drunter stehen. Und es sind auch AB-Tests, Split-Tests möglich. Ja, und wann macht es denn jetzt eigentlich Sinn, einen Pin zu promoten? Du weißt ja vielleicht schon, dass ein Pin, ähnlich wie es auf Google üblich ist, oft ein wenig Anlaufzeit braucht. Also, bis er sichtbar wird. Ist jetzt nicht so wie auf Facebook oder Instagram. Ich poste was und das ist dann so sofort da. Sondern der Pin, der braucht ein bisschen Anlaufzeit. Und deshalb planen wir den saisonalen Content ja auch schon so acht bis zwölf Wochen vorher ein. Dass er dann, wenn es soweit ist, dann halt auch sichtbar ist und gefunden wird. Aber natürlich auch, weil die Pinterest-Nutzer ja Planer sind und sowieso schon, bevor eine Saison losgeht, gerne schon anfangen, für die Saison dann zu planen. Und wenn du jetzt aber mal was raushauen willst, was direkt Sichtbarkeit bekommen soll, dann lohnt sich die Anzeige. Bisher haben wir ja zum Beispiel eher nicht empfohlen, Veranstaltungen mit festem Datum zu pinnen. Eben weil der Pin dann so lange Anlaufzeit braucht. Und das würde jetzt mit einer Anzeige zum Beispiel wiederum Sinn machen. Oder auch, wenn es um eine Rabattaktion geht, die jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist, dann macht auch die Werbeanzeige, die du ganz gezielt ausspielen kannst, Sinn. Und das Argument, mehr Traffic auf die Website zu bekommen oder mehr Anmeldungen für ein Newsletter oder für Webinare zu kriegen, das fand ich ja ursprünglich gar nicht so stark, weil der organische Traffic über Pinterest ja sowieso schon so stark ist. Also warum sollte ich jetzt auch noch Geld ausgeben? Aber leider beobachten wir, seitdem es die Anzeigen gibt, bei all unseren Kunden kleinere bis mittlere Reichweiteneinbrüche. Und von daher würde ich nun schon sagen, kann die Anzeige dann eben doch ein Booster für mehr Website-Klicks sein und auch für mehr Impressionen. Und ihr könnt auch oder du kannst auch deine Affiliate-Links mit den Anzeigen pushen, denn Pinterest erlaubt ja Affiliate-Links. Und wir, sage ich ganz ehrlich, haben uns mit dem Thema Affiliate noch nicht so intensiv beschäftigt. Ich habe aber noch einen weiteren Podcast zu einem Gesundheitsthema und dazu auch einen Pinterest-Account. Und das ist ein ziemliches Nischenthema und ich bekomme da circa so 5000 Webseiten-Klicks im Monat über Pinterest. Und ich habe dort auch ein paar Affiliate-Links oder Affiliate-Pins gestreut, ganz im ähnlichen Look wie meine Pins, die zu meinem Podcast führen. Und wie gesagt, die Pins, die zu meinem Podcast führen, die funktionieren super. Ich kriege da 5000 Webseiten-Klicks im Monat. Aber die Pins, obwohl sie so ähnlich aussehen, die zu meinen Affiliate-Links führen, die bekommen überhaupt keine Impressionen, nicht so wirklich. Also ich habe immer das Gefühl, dass die vom Algorithmus ausgebremst werden, regelrecht. Obwohl da eine gute SEO-Beschreibung hinten dran liegt, da ist alles quasi fast identisch zu den Pins, die zu meiner Website führen, außer eben der Link. Der führt nicht zu meiner Seite. Also könnte ich mir vorstellen, dass hier für diese Affiliate-Pins eben auch Anzeigen einen guten Push nochmal bringen. Wenn du gute Erfahrungen mit Pinterest und Affiliate gemacht hast oder jemanden kennst und das gerne teilen möchtest, dann schreib uns super gerne an, denn wir würden uns sehr gerne dazu austauschen und auch gerne ein Interview hier im Podcast zu dem Thema Pinterest und Affiliate machen. Ja, das nur mal so zwischenreingeschoben. Beziehungsweise wir sind im Grunde auch schon am Ende, denn ich wollte dir ja nur jetzt erstmal so einen groben Überblick geben, was mit den Pinterest-Anzeigen so möglich ist. Und dass es natürlich hier genauso wichtig ist wie bei der organischen Reichweite, dass du Pinterest-optimierte Pins erstellst, also die Optik, dass du auf das Design achtest deiner Pins, dass die Schrift sehr, sehr gut lesbar ist, klar und deutlich lesbar ist und hervorsticht und dass du auch einen klaren Call to Action auf deinem Pin integriert hast. Und wenn du das Wissen zu dem idealen Pin nochmal auffrischen möchtest, dann hör dir gerne die Folge 3 an zum Thema Design-Tipps für starke Pins ganz ohne Photoshop. Ja und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Testen und Ausprobieren der Pinterest-Apps und viel Erfolg bei deiner ersten Kampagne und in der nächsten Woche gibt es dann wieder Franzi aufs Ohr mit einem mir im Moment noch unbekannten Thema. Also hab bis dahin eine Pinspirierende Zeit. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt einen Termin aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Als ich interessant w Mail finde, ist es auch wichtig. Diese Sendung im Auftrag vonalefunk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.